Okay, da brauchen wir bestimmt wieder einen Hebel oder so. Schau gerade mal, ob ich den Hebel irgendwo sehe. Hier nicht. Hier auch nicht. Auch hier nicht. Da können wir auch nichts machen. Keine Ahnung, was dahinter ist. Hier sieht es auch nicht so aus, als wenn hier noch ein Hebel wäre. Uskelitte. Tode. Wir müssen... Wann habe ich gesagt? Wo war das, wo ich rein wollte? Da. Warte mal, vielleicht kommt mir da ja... Nochmal hin. Nur mit Jumping... Puzzle... Action... Das sieht doch so aus, als wenn man hier drauf springen könnte, oder? Da kann man aber nicht. Das ist doch kacke, Mann. Da können wir auch nicht hoch springen. Da kommen wir auch nicht hoch. Ach, verdammt. Das ist doch assi. Das ist doch assi sowas. Das ist doch voll assi. Schade eigentlich. Ja, vielleicht kommen wir da nochmal hin. Ich hoffe es. Ich weiß nämlich sonst nicht, wie man da nochmal hochkommt. Na ja gut. Gehen wir hier weiter. Oder auch nicht. Boah. Wann sind wir, Jungs? Werde bekloppt. So, dann gehen wir erstmal einsammeln. Was auch immer wir finden. Machen wir uns das mal ganz einfach. Ja. Fettabsaugung. Leicht und schnell. Oha. Keine Klappe. Und du auch. Warte mal. Hier, wo willst du hin? Aua. Ich weiß nicht, was mich da getroffen hat, aber es tat weh. Ach. Lafreund. Geh ab, du. Hunde-Wesen. Matsch. Matsch. Macht dich der. Kommt das Ding nochmal runter? Hoffe ich nicht. So, was kommt nochmal runter? Aha. Achso. Wo sind wir dann hin? Wir müssen wohl erst, was ja Oma hier noch lebt, besiegen. Zum Beispiel den Gump hier. Lass doch mal stehen. Hinter dir, du. Boah. Oh. Ja, warte mal. Wir brauchen mal was schlagkräftigeres. Klappe. So. Wir weg von mir. Und. Matsch. Oh. Doch nicht. Ich dachte, ich hätte die doppelgeschott. Gantt. Hätze wohl gerne, wa? Dürfen wir da runter? Ja, dürfen schon, aber ich hoffe bestimmt. Was war das? Ah, da hinten. Ja, ja. Stimmt. Warum? Warum nur noch einer? Nein. Lass das. Bidi, 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 bidi. Bidi. Da ist noch einer. Alter. Bist. Ganz schön. Boah. Nervig. 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 Ja. So. Weg ist er. Weg. Ist er. Nehmen wir das hier noch mit. Okay. Wir holen noch irgendwas. Das können wir mitnehmen. Das nehmen wir mit. Das hier auf jeden Fall. Okay. Okay. Dann können wir jetzt da wohl hoch, denke ich mal. Ach, guck mal, was wir da haben. Die nehmen wir ja schon mit. Für unsere BSG. Junge. Munition. So. Können wir den hier zumachen. So. Bevor wir da durchgehen. Noch mal kurz einen Blick auf die Karte. Okay. Hier ist wieder La Teleporteur. Da müssen wir bestimmt erst wieder La Kämpfen. Da bin ich mir ganz sicher. Ah. Hallo. Blauer Schlüssel. Kampf? Jetzt? Ah. Ich enttäusche mich nicht. Da. 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 So. Ach guck mal, die Pinkies, die weinen. Weil ich nicht mit dem vernünftig spiele. Hey. Oh, das sind gar keine Pinkies, das sind Spectrus. Unsich fahre Pinkies. Die waren schon immer uncool. Was? Hä? Was war das denn jetzt? Bäm. Oh. Hey, komm her. Ich mag euch nicht. Ich habe früher schon nicht gemocht. Hier sind noch weniger. Die, 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 die. Oh, oh, oh. Oh nein. Da ballen. Die wollte ja gar nicht um die Ecke sliden. Mistviecher. Äh, doch ist die richtige. Klappe halten. Na, schmeckt's? Ich will nicht mich treffen. Ja, ja. Komm doch. Du komm doch. Komm, kleines Baby. Komm, Dina. Wir kuscheln auch miteinander. Das verspreche ich dir. Hier. Dann nehme ich nämlich dein Auge. Und dann kuscheln wir. Na, tut's we? Boah. Da ist er, Matsch. Nee, nee. Brennen ist nie. Dum, 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 dum. Oh, oh, oh. Was kommt der denn her? Oh, 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 oh. Das ist ein böses, böses Dämon-Wesen. Ganz böse. Nicht einfach schrecken. Wo bist du? Da ist einer. Da ist der andere. Die stehen da. Das ist cool. Hm, hm, hm. Ja, komm. Komm. Oh. Ich würde mich noch gar nicht sterben. Ja, du schon. Du hast dich ja nie alles verdient. So. Wo gehen wir denn weiter? Was? Ich dachte, da kommt noch was. Und, bim. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir jetzt. Ah, da sind wir doch nochmal zurückgekommen. Oh, dann kommen wir ja vielleicht doch nochmal hier in das Püppchen. Darf ich nur nicht vergessen. Oder haben wir denn hier? Niemand konnte der Horde trotzen. Nur der Schicksalsschlechter. Verzweiflung ging von ihm aus wie eine Krankheit, versetzte die Schattenwesen in Angst und trieb sie in immer tiefere und dunklere Löcher. Aber von den Tiefen des Abgrundes erhob sich der Große. Ein Kämpfer, der mächtiger war als alle vor ihm. Ein Titan von unermesslicher Macht und Wildheit. Er begab sich auf den Weg, um dem Schicksalsschlechter entgegenzutreten, ihn zum Kampf zu fordern. Der Titan kämpfte mit der Wut der zahllosen Opfer des Schicksalsschlechters. Und doch fiel er. Und im Schatten seiner Niederlage wurde die Horde in die Flucht geschlagen. War das das große Vieh, was wir davon gesehen haben? Könnte sein, ne? Das könnte... Oh, guck mal. Nimm wir mit. Nimm wir mit. Okay, wo sind wir denn jetzt? Sind wir hier. Aha, aha, aha. Was ist da? Oh, müssten irgendwo... Die... Diener sein. Genau. Und das Püppchen ist dann... Rechts vor mir. Klappe. Klappe. Oh, da komm ich runter. Mann. Wir sind jetzt hin. Weißt du, angreifen können sie von hinten. Und sich dann verkrümeln. So. Mach. Und mach. Berserker, Junge. Berserker. Los. Ich bin nicht voll drauf. Ich bin nicht voll drauf. Ich bin nicht voll drauf. Die, 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 die. Klautzer. Was ist denn los mit dir? Alter. Wo ist hin? Nein, ich will die da. Oh Didi 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 Kann er nicht hochspringen Ich ruf jetzt Und dann nichts kann Oh So, warte mal Wir müssen mal eben schauen Das Püppchen ist jetzt Genau auf der anderen Seite Da drüben Da müsste das Püppchen irgendwo sein Da ist es Oh, ein Goldener Cyberdaemon Modell Okay Bin bereit für dich Und ja Klatsch Das hätte ich ihn von oben töten können, oder? Weiß ich bestimmt Ähm Was können wir denn noch machen? Rasche Erholung Nehmen wir mit Rasche Erholung Nehmen wir auch mit Da haben wir noch zwei Ah, ich glaube für zwei Kriegen wir nix Nö Noch hier Können wir das noch mit Okay Okay Ne, warte mal Wir haben hier noch Prä-Torenanzug Verbesserte Kapazität Mensch, mach das doch nicht mal aus Ähm Im Auge kratzen Verbesserte Effektivität Tempo Ah, das ist vielleicht Das vielleicht Okay Nochmal kurz auf die Karte Jetzt waren wir da hinten Natürlich nicht, ne Ja, gut Da renne ich jetzt nicht hin Da sag ich jetzt mal Scheiß drauf Ja, das war's Reichter Titan Kunstschuss Auf den Gipfel Dominator Naja, gut Das hat jetzt nicht ganz geklappt Aber war schon besser Als beim letzten Mal Weiter geht's Die Totenstadt Du hast dich durch die Hülle gekämpft Und den Titankern gefunden Ein Portal Das dich einen Schritt näher An den Schmelztiegel Und den enkültigen Sieg Über die Mächte der Hölle bringt Du musst die Wächter Des Schmelztiegels vernichten Und dir holen Was dir gehört Ja Ich hab nur kein Blasen Schimmer Was mir gehört Der Schmelztiegel Ich weiß nicht Was mir gehört Papa, papa Was gehört mir denn? Nix gehört dir Mach die Augen zu Dann weiß er, was dir gehört Ähm, okay Wird denn das fliegen? Das klingt wie fliegen Erstmal nehmen wir die Munition Und da hier so viel ist Wird hier bestimmt gleich Irgendwas passieren Ich weiß nicht was Aber es wird bestimmt nicht schön Was haben wir hier? Monster Cyber Makuros Nehmann Kubus Hier haben wir wieder ein Herz Ein Porenist Nauze So Was haben wir denn überhaupt hier? Wie Nadel Wie Nadel und Ballon Töte einen Mankunus mit einer Pistole Zwei Mäuler zu stopfen Töte zwei Kakutemus mit einem Schuss Ja, nee Ist klar Töte zehn Dämonen mit explosiven Fässern Das könnt ihr vielleicht noch klappen Wop Nein Habe ich das falsche gedrückt Warte mal Während er zwischen den Welten und in der Zeit wütete Stieß der Hellwalker auf den Armseligen Der hat nicht gedacht leid Seiner Ketzerei aber an seinem bösen Siegel festhielt Er kam dem Schicksalsschlechter eine mächtige Wut Undurchdringlich und unüberwittbar Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte Machte sich der Schlechter daran All jene zu vertreiben Die noch nicht durch seine raumlose Wildheit Wurr Ah Okay Wäre natürlich auch mal cool Wenn wir ähm Mit Schwert und Schild hier rumrennen Oh Du kannst doch nicht einfach wieder aufstehen Und So jetzt aber Ja Doppel jetzt Bum bum Jetzt nehme ich erstmal das hier Und Schnipp Wer wird uns Tja das wird wohl der letzte gewesen sein den wir kriegen Ja Argent Mehr Argent Mehr Agenten Was haben wir hier Was haben wir hier Boah Boah Dünnige Kuh Das tut weh Ach jetzt können wir doch nicht wieder durch Okay wir können nicht zurück Es gibt keinen Weg zurück Komm du He 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 Hey du unsichtbarer Pinky Pass doch mal auf Das hast du davon Das hast du davon wenn du so kupflos durch die Gegend rennst Über Der Der dirim